Offene Feuer sind auf dem kompletten Gelände verboten. Erlaubt sind Spiritus- bzw. Gaskocher sowie Holzkohlegrills. Alle Grills und Kocher müssen auf festem Grund bzw. entsprechenden Gestellen gesetzt werden. Die Glutschalen dürfen nicht auf dem Boden stehen. Aufgrund einiger schwerer Unfälle, zum Teil mit lebensgefährlich verletzten Opfern, bitten wir ausdrücklich um einen vorsichtigen, vernünftigen und sachgemäßen Umgang mit Brennbeschleunigern beim Anzünden von Holzkohlegrills. Petroleumlampen sind ebenso verboten, so wie Brennholz oder Feuerkörbe. Und wer von euch schon einmal erzählt Brenner sehen hat, der weiß warum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017